Hi, ich bin David. Ich bin Doktorand am Karlsruhe Institut für Technologie und befasse mich mit dem Thema Videos in der Hochschullehre. Und weil ich finde, dass Wissenschaft überhaupt nicht fürs stille Kämmerlein ist, habe ich beschlossen, die komplette Entstehung meiner Dissertation, meinem Doktorandenalltag und alles, was so darum passiert, auf diesem YouTube-Kanal für euch festzuhalten. Ihr dürft mir Fragen stellen, indem ihr mir auf Twitter schreibt, auf Facebook folgt oder natürlich diesen Kanal abonniert.